Der Filmfilm am Freitag. Nur, wenn du deinen Feind kennst. Auf Bordgeschwindigkeit gehe! Kannst du ihn besiegen. Ich bitte Sie, nicht für den Klingon. Doch wie besiegt man das Unbekannte? Ob Gott wirklich da draußen ist. Ist es möglich? Star Trek V am Rande des Universums. Freitag, 20.15 Uhr in Sat.1. Powered by Emotion.